Moin, Moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, wir befinden uns in Bluts-TD 6, Runde 176. Seht selbst, was passiert. Ich sag mal so, irgendwann müssen wir hier durch sein, oder? Geil. Jetzt ist erstmal entspannt. Jetzt sind die vorne allein am Anfang. Eigentlich müssen doch irgendwann die dicken Dinger kommen, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 So Jungs, ähm, ich starte einmal und hole mir mal was für Trink, okay? So, da bin ich wieder, ich habe nämlich das Gefühl, dass es hier ein bisschen länger dauern könnte. Das ist knallt, oh, zücht, du! Guckt euch mal die großen Geräte an, die da kommen, verdient zwar nicht viel, aber gut. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Verträgter warm ist. Weiter geht's. So, jetzt kommen nach und nach alle Affen dazu und abwärts. Ich bin voll nur leid, aber ich weiß nicht. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt mit einem Kasten und dann kommt den Kasten. So, jetzt geht's mit dem Kasten. Okay, jetzt kommt der Kasten. Ich bin ein paar Minuten. So, ich bin ein paar Minuten. Du hast, was mir geblesseit. Ah ok, die Hinten waren schon ein bisschen tiefer, ok. Haben wir hier schon wieder abgewählt? Ah, da kommt was großes Ziesernes. Oh, das ist ja nev. Bei Geld habe ich auf jeden Fall genug. Ich habe ihn auf jeden Fall gewonnen. So, dann haben wir die ersten 10 Minuten für YouTube auch schon wieder oben. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was los hier. Ach man, wir sind ein bisschen kritisch hier für mich. Ich bin ein bisschen was hier. Das war's für heute. Tja, ihr seht, die haben alle die Verbindung abgebrochen. Kollegen, aber gut, die fliegen auf jeden Fall durch. Also die ganze Kleinsache. Die, die, die. Da ist er nicht. Okay. 50.000. Okay. 150.000, okay. Ich höre nicht einer. Wahrscheinlich Lila oder so. Okay. 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 Das war's für heute. Ja, hier fahren die einmal im Kreis und ich denke mal, ich könnte hier quasi jetzt alles abbauen. Aber ganz ehrlich, dann dauert es noch länger. Ja. Ja. Das war's für heute. 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 Ich danke dir. Ciao mit Frau Robin. Tschüss. 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 Tschüss.